Musik Herzlich Willkommen an der IDSP. Mein Name ist Sibylle Engelke und ich bin die Schulleiterin dieser Schule. Ich freue mich, dass Sie ihr heute dieses Video anschaut, denn es verschafft bestimmt einen guten Eindruck über das Leben an unserer Schule. Wir feiern gerade das 60-jährige Bestehen und ich lade alle ganz herzlich dazu ein, sich diesen kleinen Film anzuschauen. Ich habe mir auch ein bisschen Unterstützung mitgebracht und zwar sind das Schülerinnen und Schüler unserer Schule, die teilweise gerade erst seit ganz kurzem Deutsch lernen. Das sind Alex und Jules Ananis, Hiran, Frau Felina. Herzlich Willkommen an der IDSP. Herzlich Willkommen an der IDSP. Herzlich Willkommen an der IDSP. Und später, ich werde ein Advocat. Es gibt viele Dinge zu finden. Wir haben auch noch den 60-jährigen Anniversary des Vachsikens. Ein Wachsikens nach demộienenņad kontom, die, dass sie immer noite und süß ran Paten zieht das Eating-Bestehen im Gealer anb detective訂86-2021. Hier könnte sie noch After Nachoieren. Ich werde sehr viel Zeit, dass sie mitigen Batterien im 않a nasha� Voilà und auf tym male, dass sie patienten sind. Und ir Und te par seated hier. Wir hoffen, dass diese kurze Visite in unsere Schule Ihnen erledigt wird. Auf Wiedersehen und bis bald. Auf Wiedersehen und bis bald.